Alter, ich könnte diese... Warte mal, ey, das war unfair. Unfair, unfair. Ich könnte diese Blöcke nicht setzen. Aber unfair, unfair! Das ist nicht unfair gewesen, wenn du scheiße machst. Unfair! So, weg mit dir schon mal. Nein! Warum baue ich nicht das Bett ab? Und warum laufe ich rum und er lieb... Alter. Ähm. Alter, warum? Hallo, Leute. Und ein herzliches Willkommen. Zu meinem nächsten Video, Leute. Wir sind heute wieder auf Mainz.net. Mit dabei heute der Knox. Hast dich wieder. Hi. Genau, Leute. Ihr seht es gerade. Wir stehen heute bei einem Spielmodus. Was noch nicht so bekannt ist auf Mainz. Weil er auch erst neu ist. Der ist jetzt erst eine Woche alt. Da kann es auch noch vielleicht so Bugs kommen und was weiß ich nicht. Aber egal, Leute. Ich drück mal Kompass, Leute. Hier steht es schon. MLG-Wash, Leute. Richtig nice. Jetzt kann man auf Mainz so bleiben und man muss nicht auf Team Kyoto rüber gehen. Das find ich richtig nice. Dafür gibt es UHC-Wang. Hieß das doch, oder? Ja, UHC-Wang. Genau. Dafür gibt es UHC-Wang nicht mehr. Aber egal, Leute. Das war eh wie so. Nicht so. Ähm. Äh. Beliebt. Sag mal mal so. Aber, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen. Wir gehen jetzt so weit in eine Runde rein. MLG-Wash. Und ich würde sagen. Let's go. So, Leute. Ähm. Ich würde auf jeden Fall sagen. Wir sind jetzt in der Runde drin. Ihr seht es schon. Standard ist es so eingestellt. Ähm. Die Blöcke auf der Seite sind. Aber bei mir ist es so eingestellt. Das kann man draußen in der Lobby, äh, einstellen. Das werde ich mal hinten raus euch zeigen. Und der springt schon runter. Darum würde ich sagen. Let's go. Wir sind auf jeden Fall nicht eingespielt. Und, ja. Ähm. Ich bin zum Beispiel erst aufgestandener. Er genau. Ne. Bist du schon aufgestanden? Äh. Ich bin um neun oder so aufgestanden. Ja. Aber wir haben beide heute unseren PC gleichzeitig, äh, hochgefahren. Das heißt jetzt, das war ja auch jetzt erst gerade. Nein. Nein. Mach meine Steps nicht kaputt. Doch, Mann. Hä? Du könntest mich schon längst runterschlagen. Hätte ich gar nicht. Hätte ich gar nicht. Das Einbauen ist total Schwachsinn. Ich tue ja zur Hälfte Maus abjusen, ne? Ja, Leute. Ich kann das nicht so gut. Aber, ähm. Ich mach das schon so ein bisschen. Oh mein Gott. Ich hab Tab. Ich hab Tab. Ich hab Tab gedrückt. Oh mein Gott. Das zählt ja gar nicht. Ich hab Tab gedrückt. Wir werden auf jeden Fall natürlich bis 10 spielen, Leute. Oh mein Gott. Ich bin hochgesprungen. Das war ein Fehler. Und, ja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm. Von Knoxy, das zählt man nicht. Dieser Punkt. Natürlich zählt der. Nein, wird er nicht. Soll ich mal Butterflyen? Nein. Ich hab grad selber gemacht. Ich Butterfly. Ich Butterfly eigentlich. Das Problem ist, bei, ähm. Ich komm dann immer durcheinander wegen Blöcke setzen. Oder, äh. Da kann ich ja keine Blöcke setzen. Wow. Das war King Up. Und ich kenn ja ne, äh. Nen Trick. Wenn der, wenn man den doch nicht runterkriegt. Da tut man einfach nur mal. Warte mal ganz kurz. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Hör auf zu schlagen. Hör mal auf zu schlagen. Da tut man einfach nur das machen. So wie Abge. Einfach mal so schräg springen. Da fliegt der auch noch bloß runter. Warte Leute. Das kenn ich von Abge. Bleib mal, bleib mal stehen. Ich will meinen, äh. Leuten den Bug zeigen. Bleib mal. So. Hey, ey, ey. Sag mal. Leute. Ich muss mal ganz kurz auch mal ansprechen dazu. Man spawnt sehr, sehr lange. Muss man mal sagen. Ich wünsche mir gerne, dass, ähm. So wie auf Team Kyoto. Das, äh. Ein bisschen besser wird. Ich muss dich kurz leiser stellen. Alter, das ist auch unbechert. Da. Du hast nichts gesagt. Du hast es zu spät gesagt. Scheiße. Was ist das mit den Blöcken? Ah. Ich hab dich noch mit runtergeschlagen. Oh mein Gott. Nice. Ähm. Kann das sein, ich weniger nur Knockback bekommen als wie sonst? Nein. Wirklich nicht? Du kommst immer noch gleich hier. Na, Klicks hab ich eh wieso nicht mehr. Ähm. Aber das liegt an der Maus, glaub ich. Genau. Jetzt hab ich das gemacht wie beim Abge. Okay. 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 Oh mein Gott. Ich war gerade in Block drinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hab ich mir selber in der Falle gestellt. Hä? Was ist los? Warte mal, warte mal. Okay. Lol. Okay, ich warte. Ja, genau. Ich hab doch gehört, wie du das gerade. Mein Antivirusprogramm hat sich gerade einfach gestartet. Was ist das? Alter, die zwei Punkte sind unfair. Hä? Ja, was machst denn du gerade? Wollen wir nicht mal einen Stopp machen oder was ist das gerade los bei dir? Mein Antivirusprogramm hat sich gerade gestartet. Alter. Wir können ja auch einen Stopp machen, wenn es bei dir irgendwie gar nicht geht. Also... Nee, es geht schon, aber ich bin halt gerade einfach viel zu schlecht, weil ich null eingespielt bin. Scheiße. Ich hab's zu spät. Ja, ich bin da auch null eingespielt und du weißt das. Alter, ich bin nur das X79 da. Wir haben gleichzeitig heute einen PC gestartet. Und gleichzeitig sind wir auf mein Auto circa gejoined. Ich hab in der Lobby, in der Wartelobby von Dingsterbumster heute nur die ganze Zeit vor uns, äh, die ganze Zeit gesprungen. Aber, das war's aber auch. Bist du unten? Warst du unten oder hast du mein Bett abgebaut? Ich hab dein Bett abgebaut. Weißt du, ich hab dich mit der Hand, äh, mit dem Dinger geschlagen. Mit den Blöcken. Mit Dingsterbumster, mit den Blöcken. Alter. Nein, ich hab dich nicht mehr getroffen. Ach, Mann. Gib doch mal zu. Ich bin doch vielleicht ein bisschen besser geworden, oder? Ja. Warte, ich mach kurz mal mehr. Ey, du musst mal gegen den Kaktus spielen. Den Monorato von Mainzucht. Nee, oder? Ey, der hat mich rasiert, kann ich dir sagen. Ich hab gegen den... Ich bin so ein erstes Mal, ähm, in der Runde gejoint hier von M.L.G. M.L.G. Wash. Uah. Nein! Hab dich nicht hingekriegt. Du, ich hab... Der hat sofort mich hier total, was weiß ich nicht hier, total, äh, platt gemacht. Nein! So richtig, das... Das war meine erste Runde hier auf Mainz und M.L.G. Wash. Oh, was macht der? Der tut mich so richtig eiskalt so hin, äh, hinrichten. Nein! Der tut mich so eiskalt hinrichten. Nicht falsch verstehen, Leute, das müsste ich einfach so sagen. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ey, meine Spitzhack ist auf der 3. Weißt du, wie scheiße es ist, auf die 3 zuzugreifen? Ja, meine Spitzhack ist auch auf der 3. Stell dir vor. Ich hasse das einbauen. Aber ich weiß es... Ich weiß auf jeden Fall, wo du nicht eingebaut hast. Das ist mir so klar. Das ist überall immer so. Scheiße, ich bin mir drunter gefallen. Was? Ich glaub's aber auch nur du, dass ich irgendwo vergessen habe, einzubauen. Hast du hinten offen? Nein, so dumm bin ich auch nicht. So warst du aber. So bist du aber immer. Alter, ich könnte diese... Warte mal. Ey, das war unfair. Unfair, unfair. Ich könnte diese Blöcke nicht setzen. Alter, unfair. Unfair. Das ist nicht unfair gewesen, wenn du Scheiße machst. Unfair. So, weg mit dir, Summer. Ich hab' kein Backpack bekommen. Nein. Warum baue ich denn nicht das Bett ab? Und warum... Warum laufe ich rum und er lieb... Alter. Ähm. Nein, Alter. Alter, warum? Schön, dein Bug ausgenutzt. Ich hab' mich auch in den Block reingebaut. Ja, das müssen die irgendwie noch backen, wollte ich grad sagen. Das müssen die irgendwie noch fixen, ne? Ich glaub' auf jedem Server so, dass man sich in den Block reinbacken kann. Jetzt muss man mal wieder ein bisschen mehr Maus abusen. Du kannst nicht Maus abusen. Seh's ein. Heizmaul. Alter, wer auch beleidigt da direkt. Willst du rauspiepsen? Äh, nein. Nein, ich war mal in dem Inventar drinne. Bye-bye. Das hab' ich mit Absicht erst mal gemacht mit dem Blöckchen. Blöckchen. Nein. Nein, ich hab' dich nicht getroffen. Ich dachte, ich schlag' dich noch mit runter. Aber nö. Funktioniert das mal wieder auch nicht. Weck' mir dir. Tschüss. Tschüss. Leck' Mich, Alter. Leck' mich auf. Alter. So. So, 9 zu 9. Jetzt geht's um die Wurst. Wer wird die 10 machen? Ja. Diesmal hab' ich gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wir spielen bis 50. Ja, Leute. Ähm. Nein, werden wir nicht. Äh. Wir spielen bis 10. Ja, Leute. Ihr seht es gerade. Wir sind gerade hier in der Wartelobby. Aber egal, Leute. Ähm. Ich sag' ich jetzt mal ganz schnell. Hier. Wir haben. In der Mitte ist eine Fackel. Geht mal auf die Fackel. Dann drückt mal hier. Steht auch schon. Inventar ändern. Und hier, Leute. In Normalfall sieht das so aus. Aber. Ich hab' das so hingetan. Weil so kann ich eben besser. Spielen. So, Leute. Ähm. Hoffentlich hat euch heute gefallen. Äh. Wenn ja, dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich hab' heute den Knox. Als ich rassiert. Ähm. Wer Bock hat, ihr könnt mir gerne bei Twitter, Instagram folgen. Und wer auch noch Bock hat, abonniert mich gerne auf YouTube. Dann tut ihr meine Armee beitreten. Hashtag 6. Maxime Armee. Willst du noch irgendwas sagen? Äh. Wenn, also ja, wenn es gefallen hat, lasst ein Like nach. Und, ja. Genau. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, schaut einfach unbedingt mal bei den MLG-Wash auf Mainz.net vorbei. Das macht richtig Laune hier. Und, ja. Ich werde auf jeden Fall mehrere Videos davon bringen. Und, ja. Äh. Wie bitte? Schreibt's noch bei mir vorbei, ja. Ja, äh. Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung von ihm. Guckt einfach mal auf seinen YouTube-Channel vorbei. Und, ja. Hoffentlich hat's alles gesagt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, macht's gut. Bleibt cool. Und... Ciao. 急 sick. Since she feels sick, it breaks your heart. She never meant for it to go this far. Well you got a kid who has to live with the scars. She can only see you if never this bomb. I need a medic, yeah. I need a medic. I need a medic. Untertitelung des ZDF für funk, 2017